Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory, heute mit einem Katalog-Review, damals zum 50-jährigen Jubiläum in Deutschland von Legro, aus 2006, dem Katalog, in dem einige Legenden geboren wurden. Ein paar sehr, sehr coole Sets, ich bin damit aufgewachsen. Das ist leider nicht der Katalog, den ich damals gehabt habe, der ist kaputt gewesen, haben meine Eltern den irgendwann entsorgt. Den hat mir tatsächlich einen Zuschauer zugeschickt, also ganz vielen Dank an dich. Und ich würde sagen, wir starten direkt ein mit dem ersten genialen Fact hier auf der ersten Seite. Das war mir auch gar nicht so bewusst, aber es gab tatsächlich mal ein drittes System. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese normalen Systemsteine, die sind in jedem Set halt quasi drin. Dann die Dublo-Steine, das sind die Sachen für jüngere Kinder, denke ich mal, zum Beispiel hier. Und dann halt noch Quattro. Die Quattro-Sachen werden auch in diesem Katalog drin sein. Der Katalog ist schon mal ganz anders aufgebaut. Alleine der Fakt, dass es damals nur für das ganze Jahr einen einzigen Katalog gab, zeigt, dass es damals wesentlich weniger neue Sets gegeben hat als heutzutage. Dublo braucht man, glaube ich, nicht so viel zu zu sagen. Sieht immer noch relativ ähnlich aus, wie ich finde. Jedenfalls habt ihr hier direkt Lego Baby. Das waren dann diese Dinger mit den runden Noppen oben drauf. Dann Lego Quattro. Das sind diese ganz großen Bausteine. Also ihr seht, das ist ein Dublo-Stein und das ist ein Lego Quattro-Stein. Für 25 Euro gab es dann hier den ersten Becher und für 40 Euro einen ein bisschen größeren. Und hier geht es dann los mit den Dublo-Basic-Teilen. Ach, guck mal, damals gab es auch solche kleineren Baseplates, die dann wirklich so eine Stein, dreiviertel, ein Drittel Steingröße haben für 10 Euro einzeln. Also die Baseplätze sind ja immer ein bisschen dünner dann tatsächlich gewesen. Ach, das bringt so viele Erinnerungen hoch, dieses Design hier an der Seite und so weiter. Dublo können wir, glaube ich, ein bisschen schneller durchgehen. Ich denke, da werden einige von euch auch Sets sehen, mit denen sie damals gespielt haben. Feuerwehr, damals gab es dann auch noch hier Licht und Sound, was sie jetzt vor einiger Zeit auch in die Dublo-Reihe zurückgebracht haben. Flugzeug gab es damals noch und damals gab es tatsächlich auch noch Züge, die wirklich, ah ne, okay, das war ein Schiebezug. Tatsache, das sind die Thomas-Züge, die waren zum Schieben, wie das halt heute dann auch so ist, dass man die über die Gleise schieben muss. Genau, hier war es dann, da sind die elektrischen Züge noch mit dabei gewesen. Gab es dann oben so einen Knopf, mit dem man dann drücken konnte und dann sind die durch die Gegend gefahren. Also quasi so, wie das System heute ist bei den anderen Powered-Up-Zügen, dass der Motor in Zug drin ist. Da war kein Strom auf den Schienen selbst. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Aber mit Bahnhof, Brücke und so weiter noch als Erweiterungssets. Und dann geht es hier direkt los mit ein paar Krachern aus der Kassel-Reihe. Ich glaube, diesen Drachen, den kennen viele von euch auch noch von damals. Highlight ist aber natürlich diese Ritterburg hier auf der Seite. Die kennen viele gar nicht. Es ist aber eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Set, was es von Lego gegeben hat. Denn bis heute, zumindest wenn ihr hier das B-Modell mitzählt, ist es das höchste Set, welches Lego jemals herausgebracht hat. 170 cm hoch, wie ihr hier sehen könnt. Damit also höher als der Eiffel-Turm. Das wird einem gar nicht so bewusst, wenn man das nur hier so im Katalog dann tatsächlich drin sieht. Aber Lego Dublo hat schon wirklich eine Größe. Hätte ich echt, echt gerne mal gehabt. Ab damals, heutzutage, wird es wahrscheinlich nur Platz wegnehmen, nachdem ich dann ein Video damit gemacht habe. Bob, der Baumeister. Da gab es damals dann auch eigene Sets zu. War auch eine Serie, die ich echt geliebt habe. Dann hatten wir hier den Prinzessinnenpalast. Tatsächlich von diesem System, ja, da ist es doch, hatte meine Schwester damals mehrere Sets sogar. Das war hier die Ausfahrt mit der Kutsche. Da war dann so eine Kutsche, ein Pferd und solche Prinzessinnen, in denen man dann Kleider anziehen konnte. 40 Euro für diese Sachen, das ist auch schon wirklich echt teuer. Und teilweise, ich habe mich immer gefragt, was deren Mission war mit diesem Hund, den ihr da sehen könnt. Sind das schon echt grausame Dinge, die sie hier gemacht haben. Bin ich froh, dass diese, naja, Art Barbie-Puppen sich nicht durchgesetzt haben. Was sich auch damals einige gekauft haben, sind diese Click-It-Sets. Die sind relativ ähnlich zu den heutigen Lego-Dots-Sets, wo man halt mit Fliesen sich irgendwelche Armbänder oder sonstige Sachen zusammenbauen kann. Nur, dass hier damals ein komplett neues System für geschaffen wurde. Click-It, was bedeutet das? Da gab es immer diese kleinen Anstecker. Und die konnte man dann überall halt, wo die Löcher dafür da waren, reinpinnen. Und hatte dann, ja, hier so einen modifizierten Bilderrahmen und so weiter. Meine Schwester hatte tatsächlich ein Set davon. Allerdings habe ich ihr das dann auch irgendwann gemobst und hatte da dann meine Accessoires für die Clone Trooper drin gelagert. Das war so eine Dose, wo man Einzelteile reinmachen konnte. Naja, auch bei den Basics-Steinen hat sich gar nicht so viel getan. Bis auf, dass man halt damals noch eine andere Auswahl hatte. Zum Beispiel die Baseplates, da gab es nicht so viele von. Die waren damals auch noch einen Ticken günstiger als heute. Heute 10 Euro, beziehungsweise 15 Euro. Und da stehen, ach guck mal, da schreiben sie auch noch. Nicht, schreiben sie gar nicht. Aber ich schätze mal, dass das heißen soll, dass die Baseplates auch damit kompatibel sind. Was ja geht, weil du Lego Duplo-Steine ja auch einfach auf andere Noppen draufsetzen kannst. Dann gab es hier die Creator-Sets. Die hatten alle B-Modelle, teilweise sogar hier 8 Modelle, 6 Modelle. Wie sinnvoll die Modelle dann gewesen sind, das muss natürlich jetzt jeder selbst beurteilen. Ich finde, die Dinos hier lassen sich aber doch alle schon sehen. Und ich glaube, das ist ja auch vor allem der Sinn von den Sets dahinter. Die müssen ja nicht perfekt aussehen. Da muss man einfach Bauspaß haben. Mit den Dingern hier hatte ich besonders viel Spaß. Für 4 Euro hat man damals so einen Pod bekommen. Und in dem Pod waren dann verschiedene Modelle drin, die man bauen konnte. Teilweise gab es dann auch Modelle, die man mit den Pods selber bauen konnte, wo die Pods dann halt als Rad gedient haben oder ähnliches. War wirklich lustig und an sich auch ein cooles Konzept, dass man einfach hier sich so ein Ding kauft. Dann hat man die Steine da drin, kann man was zusammenbauen, dann kann man die Steine wieder verstauen. Wie so eine Art Brettspiel, wo man das dann immer danach wieder in den Karton hereinpackt. Und das für 4 Euro. Gut, Inflation und was, sowas spielt natürlich auch noch mit herein. Noch ein paar Sets mit vielen, vielen B-Modellen damals auch noch. Man sieht natürlich, dass die Sachen jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Damals gab es natürlich auch nicht so viele verschiedene Steine wie heute. Und hier geht es schon los mit den Legenden. Schaut euch diesen Baukran an, den wollte ich damals immer haben. 65 Euro hat der gekostet. Wo steht, wie hoch der ist? Da 67 Zentimeter ist das Ding hoch. Und dann war da immer nur so eine Toilette dabei. Und dann konnte man die Bauarbeiter in der Höhe schweben lassen mit dem Kran. Ich verstehe nicht, warum sie sowas nicht nochmal herausbringen. Ein bisschen moderner für 100 Euro als großes City-Spielset. Das ist doch einfach ein Highlight. Früher gab es solche Sachen auch von anderen Nicht-Klemmbaustein-Herstellern, wo man dann mit einer Fernbedienung alles steuern konnte. War auch immer ein Highlight. Dann dieser Transporter. Absolut legendär. 25 Euro für diesen riesen Transporter. Jetzt schaut euch mal das hier oben an. 93 Zentimeter ist das Ding lang. Da konnte man sich dann halt so eine Brücke mitbauen. Ich glaube, da kommt auch gleich noch so ein Beispielbild. Einfach nur genial. Heute, was weiß ich, 60 Euro mindestens. Dann haben wir hier das Schiff. Das hatte immer so einen Motor mit dabei. Das weiß ich auch noch. Ich hatte ein kleineres Polizeiboot. Das hatte auch dann so einen Motor. Das habe ich dann durch den Pool schwimmen lassen. Noch bevor ich überhaupt erst schwimmen konnte. Das mit den Motoren machen sie heute leider auch nicht mehr. Wobei ich sagen muss, dass dieser Motor bei mir relativ schnell kaputt gegangen ist, weil da dann halt Sand war bei der Dichtung. Und dann ist Wasser reingekommen und dann war die Batterie halt irgendwann kaputt und hat sich dann aufgelöst. Naja, wahrscheinlich geht es deshalb nicht mehr. War aber ein sehr, sehr cooles Spielset. Ich finde, die Flughafensets, die können definitiv auf jeden Fall noch mit den Flughafensets von heute mithalten. Auch sehr, sehr cool. Damals gab es so kleinere City-Sets zum Einsteigen für 3,99 Euro. In dem Fall hier jetzt so ein Turbinenmechaniker. Für 14 Euro dann ein Flughafenfeuerwehrwagen. Und diese Flugzeuge sehen einfach gut aus. Auch hier das Katalogdesign. Ihr seht, die Sets stehen nicht so sehr im Fokus, wie ein schönes Bild bzw. Stadtbild zu generieren von den City-Sets, die man tatsächlich aufbaut. Wobei diese ganzen Grundplatten hier unten natürlich nicht zu den Sets mit dazugehören. War aber immer ein Abenteuer damals, den Katalog anzuschauen. Den hier dürfen einige von euch noch kennen aus dem legendären Hey-Meme, Lower the Stretcher und so weiter. Das war vor, ich glaube, ein, zwei, drei Jahren relativ beliebt. Für 20 Euro gab es den Helikopter damals und dann hier noch so ein ganzes Krankenhaus. Wobei, also das war hier halt eine große Grundfläche. So viel war in dem Krankenhaus jetzt tatsächlich gar nicht dran, muss man fairerweise sagen. Hier dann zum Beispiel so eine Stadtszene haben sie da nachgestellt. Das war wirklich immer sehr, sehr interessant sich anzuschauen als Kind. Hat man heute als Erwachsener wahrscheinlich gar nicht mehr so die Perspektive dafür. Feuerwehr auch relativ basic. Da kamen noch ein paar sehr, sehr gute Feuerwehrstationen danach. Und das Polizeirevier hier natürlich der absolute, der absolute Hingucker damals gewesen. Die Polizei damals noch mit grün. Wobei man, glaube ich, auch die, immer so ein alternatives Stickerpack mit dabei hatte. So, dass man das, die Farbe wechseln konnte. Dieses Lego Club Magazin, das gibt es heute gar nicht mehr. Ich glaube, das heißt jetzt Lego Live Magazin oder sowas. Jedenfalls hat man da früher immer so ein Magazin nach Hause bekommen. Da gab es dann Comics drin, Gewinnspiele und so weiter und Poster. Das war wirklich eine coole Sache. Dann hier dieser riesige Baukran. Das weiß ich noch bis heute. Das ist eine schöne Erinnerung mit meinem Opa. Da hatte ich damals Geburtstag und dann kam er uns besuchen und hat gesagt, ja komm mal mit raus. Dann hat er seinen Kofferraum geöffnet und da lag dieser Baukran dann drin. Das Set habe ich bis heute noch. Straßenkehrmaschine. Absolut geniales Set. Gab es auch einen Remake vor einiger Zeit von. Dieses Baustellen-Set hatte ich tatsächlich auch. Das hatte ein paar coole Funktionen mit dem Greifer und dem Förderband oben drauf. Und ja, die Eisenbahnen, die sind hier leider in dem Katalog ein bisschen kleiner ausgefallen. Aber es gab einen Bahnhof. Es gab hier so einen Verladekran als Erweiterungsset noch dazu. Damals hier noch die 9 Volt-Era, wo ihr das dann noch an das Stromnetz angeschlossen habt. Hat 130 Euro für einen kompletten Güterzug mit auch noch einer Weiche und so weiter. Finde ich war ein fairer Preis. Dino 2010. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen abgedreht aus. Finde die Dinos auch nicht so schön wie jetzt die Dinos, die es heutzutage in der Jurassic World bzw. Park-Reihe gibt. Aber sie hatten halt so ein paar mehr Funktionen und waren halt so aufgedreht. So Sci-Fi-mäßig. Zum Beispiel die hier konnten dann halt leuchten. Dieser Helikopter, der ist riesig gewesen. Ja, und war halt das Einzige, was man so bei Dinos damals bekommen hat bei Lego. Vikings. Ja, die viele von euch freuen sich wahrscheinlich auf das neue Wikinger-Dorf, was herauskommt. Was tatsächlich mal einen relativ fairen Preis hat. Hier gab es jedenfalls die OG-Sets dazu. Die einzige Wikinger-Reihe, die Lego jemals komplett als eigene ständige Themenreihe herausgebracht hat. Für 60 Euro gab es dieses Schiff. Habe ich damals gehabt. Ich habe es wirklich geliebt. Es hatte zwar keine so starken Kanonen dabei wie die Piraten-Schiffe, aber so mit dieser Schlange und diesem einen großen Segel und den ganzen Wikinger-Minifiguren war sehr cool. Auch hier für 20 Euro einen Drachen mit einem kompletten Katapult bekommen. Ein kleines Schiff hier für 10 Euro mit einem Drachen. Den Wolf hier für einen Fünfer. Und dann natürlich ultimativ diese große Wikinger-Festung, wo man die ganzen Drachen dann in der Mitte reinstellen konnte. Und dann die Katapulte. Ja, gab es noch einen, ich glaube, es gab noch eine weitere Welle an Sets, die dann später rauskamen. Aber allein das schon, das erweckt gerade so viele Erinnerungen bei mir. Fußball gab es auch. Ja, das war ein bisschen billig, dieses Plastik außenrum. Das habe ich nicht so gefühlt, dass es, also das konnte man quasi so hochnehmen, wie so eine, auch wie so eine Art Brettspiel. Und da waren da halt an den Federn die Figuren drin. Das war eigentlich ein ganz cooles Konzept. Man konnte sehr leicht schummeln, das weiß ich noch. Das gab es dann immer ein paar Auseinandersetzungen. Knights Kingdom gab es solche baubaren Figuren mit Gelenken innen drin, die dann auch so schießen konnten und so weiter. Und hier dann auch noch kleinere Sets, wo dann die Mechs von der letzten Seite als Minifiguren dabei gewesen sind. Und hier angefangen natürlich mit der großen Ritterburg von Morsia. Dann noch weitere kleinere Sets als Erweiterung. Da gab es dann später auch noch eine weitere Welle. Dazu habe ich auch schon ein Review gemacht. Der schwarzen Burg von Vladek, der war auch dann oben mit enthalten. Das war auch eine riesige Burg. Also als Kind, wenn du dahinter sitzt, du bist fast nicht mehr sichtbar hinter dieser riesigen Ritterburg. Das war so dermaßen cool. Also ich hatte das Set nicht, aber ein Kumpel von mir hatte das damals. Mit dem haben wir dann immer gespielt. So, dann Star Wars war natürlich schon im vollen Gange, seit wo dieser Katalog herausgekommen ist, sieben Jahren. Also schon damals eine starke Lizenz gewesen bei Lego. Die Sale Barge gab es hier für 90 Euro. Das ist Wahnsinn, was das damals gekostet hat, wenn man das mit den heutigen Preisen vergleicht. Auch bei diesen hier, die noch sealed sind. 35 Euro, 15 Euro, dann hier der Interceptor für 25 Euro. Ist ja jetzt gerade erst wieder rausgekommen in einem Doppelpack. Der Sternenzerstörer, das war das absolute Traumset. Das war die Spielversion, die man dann noch aufklappen konnte für 150 Euro. Davon sollten sie, glaube ich, auch mal einen Remake machen in dieser kleinen Version, weil ein Sternenzerstörer ist schon cool. Bei dem gab es allerdings viele Probleme mit der Stabilität. Die haben sie aber dann beim Folgemodell wieder gefixt. Dazu, das war auch die Zeit, wo gerade Episode 3 herausgekommen ist. Ein Jahr vorher gab es dann noch die ganzen Episode 3 Sets. Hier den Klon Turbo Tank mit dem Light Up Mace Windu oder auch hier noch dem Light Up Darth Vader in dem TIE Fighter. Light Up Figur für 25 Euro. Ich glaube, die Light Up Figur kostet heute schon über 100. Je nachdem, in welchem Zustand sie dann ist. Und dann war es das schon auch schon mit Star Wars. Damals war gar nicht so viel. Legendär ist aber auch die Exophores Themenreihe. Das war einer meiner absoluten Favoriten damals. Vor allem, weil man auch relativ günstig hier einsteigen konnte mit viel Spaß. 15 Euro für solche kompletten Mechs. Ihr seht, wie groß sie im Vergleich mit der Figur sind. Konnten die Figuren dann drin sitzen. Hatten sehr, sehr viele Sticker. Das muss man fairerweise zugeben. Ihr seht, alle Details hier, die sind mit Stickern umgesetzt gewesen damals. Und dann gab es halt nochmal diese Roboter. Und wenn man alle davon gehabt hat, dann konnte man die in solche größeren Mechs umbauen. Und die Anleitung gab es dann online. Ach, das war einfach lustig. Und für verhältnismäßig wenig Geld. Ich meine, heute bekommt man für 15 Euro nicht mal mehr ein Battle Pack. Ach so, und genau. Hier sind dann tatsächlich auch noch immer so Batterie-LED-Steine hinten drin gewesen. Die so einen Schlauch dann beleuchtet haben. Sodass man noch so ein bisschen mehr Funktion in dem Set quasi drin hatte. Diesen Panzer gab es. Und dann hier oben auch noch dieses Tor. Hier waren dann die richtigen Kracher-Sets. Einerseits dieser riesige Spinnen-Panzer von diesen Robotern. Der hatte dann vorne auch solche Schaufeln dran. Mega, mega cool. Dieses Flugobjekt, welches dann diese federgeladenen Shooter hatte. Und dann natürlich auch hier das große Sentai-Hauptquartier. Das sieht ein bisschen dürr aus. Da sind halt vor allem viele große Teile gewesen. Ähnliches Phänomen wie bei der Burg von Vladek. Dass man halt dahinter sitzt und dann diese ganze Basis hat. Das war auch noch wieder so ein weiterer von den Mechs dabei. Ach, es war immer ein Traum. Und ihr seht hier auch, das ist tatsächlich immer der ganze Katalog gewesen. Die ersten Sets kamen im Februar raus. Und die nächsten Sets dann erst in der anderen Welle im Juni. Hat also ein bisschen dann tatsächlich auch noch gedauert. Bionicle hatte damals dann wieder einen Aufschwung. Ich persönlich hatte jetzt nicht ganz so viel zu der Zeit noch mit Bionicle zu tun. Aber ihr seht hier, da war gerade die Phase, wo sie dann diese Art Bögen gehabt haben. Hat man dann hinten draufgerückt und dann kam vorne die Kugel heraus. Und man konnte auch für 3 Euro noch solche Erweiterungssets für die Kugeln kaufen. Natürlich kann man auch noch günstiger einsteigen mit 5 Euro. Und dann gab es auch noch diese ultimativen Mechs. Mechs, ja, das teuerste Set von Bionicle. Wo haben wir es? Ach, genau, hier kommen noch diese mit den Figuren tatsächlich. Aber bei den Mechs, ja, ist man dann bei 28 Euro schon an der Grenze. Das ist natürlich heute unvorstellbar. Das fand ich immer mega, mega cool. Da waren dann diese Bionicles als so eine Art Minifiguren immer mit enthalten. Und hatten dann hier ihre eigene Basis. Auch diese Kreisel, die gab es vorher in der Welle, glaube ich. Das war dann hier oben eingebaut und sind dann so rausgeschossen. Und dann konnte man die damit abschießen. Genau, hier diese Spinnen gab es dann auch noch. Das war schon sehr, sehr cool. Allerdings hätte ich davon kein Set. Ich habe es immer nur gerne im Katalog angeguckt. Das hier, ja, gibt es ja heute immer noch das Prinzip als Rückziehmotor. Und vor allem in der Technikreihe. Das war jetzt hier bei den Racers. Hatte ich jetzt keins von. Ich meine, genau das hier waren so eher die Sets bei den Racers, die ich mir dann gesichert habe. Da war oben so eine Art Reifen dran. Konnte man dann auch sein Fahrzeug da oben reinpacken. Und ich meine sogar, man konnte es auch immer noch mal umbauen in verschiedene Modelle. Bei Ferrari, da, also, okay, halt Racers, unteren Strich, Ferrari. Da gab es dann halt damals wirklich sehr, sehr viele Sätze. Ich schätze mal, dass die Ferraris jetzt auch damals sehr gut liefen. Heute gibt es ja nur noch vereinzelte Sätze immer. Aber hier ist wirklich auch für jeden was dabei. Technik großes Auto, dann Systemstein großes Auto, dann nochmal Formel 1 Wagen mit Technik. System Formel 1 wegen in allen verschiedenen Größen, einem kompletten Truck dafür. Ist schon sehr, sehr cool. Und sowas wie so ein Truck oder sowas könnte ich mir auch gut in der Speed Champions Reihe nochmal vorstellen. Das hier waren dann ein bisschen größere und das ist mir auch was komplett anderes gewesen. Hatte ich damals auch. Das waren quasi eigene ferngesteuerte Autos von Lego, die auch richtig Wumms hatten. Also da seht ihr die Batterie und so weiter. Die wurden eigens dafür entwickelt. Und den hier habe ich damals zum Geburtstag bekommen. Der hatte so eine Power. Das war wirklich krass für ein Lego Set auf jeden Fall. Ist nicht zu vergleichen mit den heutigen Technikmotoren. Konnte man auch leider nicht kombinieren. Es war ein komplett anderes System. Ich schätze mal deshalb haben sie es auch irgendwann eingestellt. Aber war wirklich, wirklich sehr, sehr spaßig damit durch die Kirchen zu heizen. Leider ist mir dann hier vorne irgendwann die Achse durchgebrochen. Und dann, ja, konnte man ihn nicht mehr benutzen. Technik war damals noch eine ganz andere Welt. Ihr seht wie wenig Steine die Technik-Sets hier im Verhältnis haben. Das teuerste Set jetzt hier für 43 Euro. Die Rennmaschine tatsächlich. Dann gab es damals auch noch keine Power Functions. Was es an motorisierten Komponenten gab, war diese Box hinten mit dem Technik-Motor. Der hatte richtig Wumms. Der hat sich auch total schnell gedreht. Hat auch echt Spaß gemacht, wenn man sich damit ein ferngesteuertes Auto gebaut hat. Sind auch echt teuer geworden inzwischen. Dann gab es hier den Pneumatik-Kran, den großen Kran. Aber auch immer schöne kleine Einstiegssets für 7 Euro hier. Hier und Harry Potter. Vierte Teil ist gerade herausgekommen. Gab es auch noch hier ein paar neue Sets dazu. Zum Beispiel den Hogwarts-Express. Gab es auch noch eine motorisierte Version von Die Rettung unter Wasser. Das Dermstrang-Schiff. Designmäßig wirklich nicht schön, um ehrlich zu sein. Aber dafür kann es halt in der Badewanne schwimmen und bespielt werden. Harry und der Hornschwanz. Und auch noch das große Hogwarts. Das ist heute schweineteuer geworden. Duell auf dem Friedhof. Und natürlich auch noch die Werbung für die exklusiven Sets auf lego.com. Ja, zum Beispiel den Togusschern. Den gab es halt damals dann auch noch. War aber nie im regulären Handel. Legoland-Werbung. Und dann auch nochmal hier ein Teaser auf die neue Lego-Batman-Reihe. Die dann, ich glaube, noch in dem Jahr herausgekommen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ach, guck mal. Das war das Polizeiboot, von dem ich vorhin gesprochen habe. Mit dem ich im Pool gespielt habe. Nee, doch nicht. Das war das gar nicht. Ich hatte das Boot von Jack Stone, was den Motor unten dran hatte. Das war es nämlich genauso. Also ihr seht, viele legendäre Sets sind hier erschienen. Wahrscheinlich ist es bei mir auch ein bisschen verzerrt durch meine Kindheit. Schreibt mir gerne legendäre Sets aus eurer Kindheit hier in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und bis dahin. Ciao, ciao.